Musik Wir haben hier zwei Inkubatoren. Die haben wir in Deutschland gekauft, mit dem Container zu uns gebracht. Im Inkubator kann man die Lufttemperatur regulieren. Musik 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 Aber wir müssen ein paar Untersuchungen machen und Prozeduren machen, aber der Patient hat keinen Geld. Das ist ein sehr großer Herausforderung für uns hier. Es geht darum, den Patienten zu helfen. Der Ziel ist es, nicht Geld oder was anderes zu machen. Wir haben einige Patienten, bei denen wir die Kosten komplett vom Hospital übernehmen. Und wir müssen auch die Preise so niedrig halten, dass sich die Patienten das leisten können. Also das muss man irgendwie erwirtschaften und natürlich am Ende ist immer ein Defizit auch da. Also das muss man sich auf den Platz auf das Fernsehen ... ... und bei den Patienten, die ...